hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von lustigen dingen let's play und ja gut simulierte 3 genau und wir haben hier freies geld mit dem geld abheben geschafft endlich jetzt bin ich ein dumm batz dumm batz ein dumm batz dumm batz so genau den nehme ich mir mal mit da ist ein typischer ich fand sie schon nur einen vagehals okay das ist jetzt kein vagehals aber sollte ich da debel heißen und es soll eigentlich hier irgendwo passieren dreck 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 immer schön dreck immer schön öl so tun ihn rein das ist auf deutsch ist das nicht scharf einfach zu falscher bezeichnung oder ok haben wir es geschafft er ist durch aber wir nicht gut nochmals kurz schauen ok wir sind liegen geblieben ja ich denke wir haben es geschafft aber ich weiß nicht genau wo da wir haben es geschafft ok springen auf eine rampe mit dem fahrrad das geht noch nicht ich habe noch keins gefunden lasst zehn ja wenn leute explodieren ja nehmen wir mal andere quests hier schlage leute mit einem fisch ok laden dann müssen wir zuerst einen fisch holen und zwar ist da ja diese fischland ich weiß ja nicht was genau ist ja irgendwo bei nein bei kopf diese kam hier genau so dann müssen wir mal aufnehmen und jetzt schlagen ich weiß nicht genau was wir machen schlage also es hat wahrscheinlich geklagt so schlagen tue ich mit dem fisch also nochmal schlagen tue ich mit dem fisch also nochmal schlagen tue ich mit dem fisch jetzt hat es geklagt ok gut also man muss sie abwerfen und nicht schlagen gut also dann möchte ich gerne noch äh ändere die farbe vom fahrrad dann anwärt sich mit helium zum schweben zehn leute gleichzeitig mit schild das ist sehr schwer trifft zehn in gleichzeit ähm ich müsste das mit dem mit dem ding wieder machen ich müsste sie irgendwo einspänen den dann tnt abwerfen oder so keine ahnung wie also ich muss nicht unbedingt das zeug holen oder also es sind ein paar extra klamotten also wüte glaube ich meistens genau dann haben wir noch das eine wo wir das letzte mal aufgehört haben habe ich noch eine gott statue entdeckt nach dem letzten part da gehen wir noch kurz hin und dann muss ich doch ein bisschen schauen wegen den rampen und lustige dinge natürlich wieder ein bisschen machen muss ja ein header folge eigentlich so sein ist ja immer wieder zwischendurch lustig aber es hat ja gestartet mit einfach ein bisschen sachen ausprobieren und lustig waren und mittlerweile ja gesagt also ich habe dann gesagt dass ich einfach die sachen frei spielen will die auch noch lustig sein könnten und so und jetzt ist es so ziemlich ein komplettes lp geworden hier unten auf einem turm dahinten genau ist die goldstatue so weit hoch habe ich nie geschaut einfach okay gut das hätten wir auch jetzt holen wir ein auto und gehen mal hoch zum hügel wo das konzert drauf ist da auf dem dach vielleicht noch irgendwas also die schanze haben wir dann haben wir hier drüben irgendwo noch eine schanze wo war die da ist noch eine schanze ich glaube die ist die ja die ist okay dachte ich schon wegen okay das war lustig gut ähm ja fragt sich wo die andere schanze war hier muss irgendwo noch eine schanze gewesen sein ich weiß nicht mehr genau wo da ist eine schanze oder dankeschön ist doch dann so ein gummi gut dankeschleim ist ja gut so machen wir alles probieren ist natürlich keine chance die zu klein hey ihr seid erst gespawnt hier hinten war doch eine schanze hey muss das sein muss es überall irgendwie man diese zelten unglaublich wie zelte wie können nur zelten so hüpfen das ganze spiel ist broken ist jetzt nicht sehr kaputt hier hey ja was soll ich für die okay ich werde nur gefoltert in diesem spiel ich möchte gerne eine schanze sehen schanze sehen es könnte dort eine schanze sein ich bin mir nicht ganz sicher ich probiere es einfach mal ne es keine schanze aus ja was können wir machen hier unten am strand war ja eine aber die habe ich nur holt hey dann kann ich mal normal auto fahren also haben wir hier irgendwo noch eine schanze ah die große hier natürlich geht mal auf die seite nicht immer auf die straße das ist einfach kein bock mehr äh ok siehst du hier ist ein pömpel so am aufhalten gewesen ne ne meine güte wenn du nur ein mal fahren konntest oder wie ich steuere so wagerhalsdecke ne sehr gut 3 von 6 und wo sind die anderen also so dinge sind keine so treppen im süden ist doch noch eine irgendwo im süden ist auch noch einer oh gottchen ja sehr schön ich bin stolz auf euch enden dieses ihr macht das so gut also das ist keine schanze treppen halten einfach zu viel auf ne ne aber irgendwo hier war noch eine schanze ja gehört das noch dazu wenn man hier oben die schanze nimmt wo ist sie genau irgendwo auf der bau ah hier die schanze ok die schanze ist ja wir werden mal wieder so recht schnell wieder weggeschleudert ah hier ist ne rumpen komm jetzt mal komm auf die andere seite gut hier ist noch ne ha so dann haben wir 30 37 sind ja auch bald also jetzt ein bestes auto nicht eins das sie so abhebt ja das nicht komm schon nicht alles kaputt man hallo gib mir ein auto naja die ist ja lieferwandel so so das ist kaputt das ist auf jeden Fall sowas jetzt mal richtig und nicht immer abheben wenn irgendwas unten drunter ist äh ok ey meine güte also mit dem ding kannst du nicht steuern ich glaub das reicht ohne nitro und man hängt ständig nur fest ist ja klar dass das spiel nicht gerade lange toll war die leute so einfach schon ist immer das katastrophal design du hättest auch irgendwie so ne kleine rampe ich werd jetzt auf scheitern mit dem öl ey das kannst du auch nicht das kannst du ja nicht mal mit deinem langsamen Fahrzeug schaffen das ist ja katastrophal und wie lange willst du noch öl haben oh nein jetzt hast du kein öl mehr von wo kommt das öl und dieser kleine ok ja dann doch es ist eine es ist verdammt nochmal eine hätte ich das jetzt nicht weiterhin ausprobiert ja hätten wir lange gesucht meine güte die spiele die entwickler sind so asozial denken sie ja es geht bei allen so gut mit dem steuern nö auf dem pc mit einer sensiblen maus geht es überhaupt nicht geht einfach nicht so aber das andere ist keine chance das haben wir ja schon alles probiert ne jetzt muss ich wieder hier durch oh geht doch nicht hm da unten durch ja jetzt ist schon wieder strom unglaublich wie viele sachen immer herum liegen das macht einfach diese mission zu einer katastrophal das macht einfach diese mission zu einer katastrophal das macht einfach diese mission zu einer katastrophal das war keine mission oi aber dafür dafür sind wir noch gut gestandert ok kann ich auch nicht dafür sein gut dann jo ist das eigentlich im Norden noch die eine schanze da haben wir nicht gemacht also ja wie komme ich jetzt dort hoch genau müsste irgendwo von oben ein auto dann haben oder eben das ist das wie kann ich ein auto da hoch bringen das ist die frage ist überhaupt eine chance ist da in der mitte was machst du hier das darfst du nicht das ist die natur die ist heilig das ist keine chance nur zwei rutschen hier die haushalten wir eine rampe ok also irgendwo hier oben sollte noch eine sein ok ok ist ja irgendwo eine goldstaate hm keine ahnung wir gehen mal ganz nach oben irgendwo hier irgendwo hier hm ich sehe gerade noch ich dachte irgendwo hier oben auch mit dem Traktor hm irgendwie was mit dem Traktor wahrscheinlich ist das einzige Fahrzeug hier oben ist das einzige Fahrzeug hier oben aber wo hier tschüss tschüss wenn du einmal nur Kontrolle haben kannst ok also hier ist die Chance nicht die gehen nicht kaputt da unten vielleicht hm merkwürdig oh quatsch oh gut irgendwo hier unten hier hier gibt's viel aber keine Chance hier muss doch irgendwo eine goldstatue sein es gibt so viele wo ist die Chance die wir brauchen komm her oder oder hier auf diesem Grundstück ah hier ist die Chance ich hab sie gesucht lol ich hab sie noch fest gesucht wir waren einfach neben dabei durchgefahren das ist die Chance die ich brauche meine Güte wie schwer die einfach wieder zu finden ist gut gut also ich dachte die wäre viel weiter oben oh die ist einfach da unten am Fuße am Fuße jetzt kommst du das gut also dann haben wir das und ähm genau jetzt müssten wir euch ja zu fahren gehen gehen wir zu fahren so dann müssen wir da dieses Helium Teil haben wo ist Helium wo ist Helium mit wem HA mit dem und wo ist die Ziege da äh ja ja jetzt ah ich hab Fisch geworfen deshalb ähm hab das jetzt nicht so erkannt ob es ein Fisch ist oder irgendwie Helium aber wie macht man das jetzt ok es schiesst trotzdem komm schon werde getropfen du musst noch ein, zweimal getropfen werden genau hebe hebe doch ab du bist doch zu schwer hey 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 wenn es einfach normal schießen würde hebe jetzt wow haha wie lange das ging ja kommt nicht mehr runter doch jetzt oh blöde Ziegel die und ein ob er leid schon oder? Okay, die anderen machen wir nicht. Ähm, und zwar brauchen wir ein Fahrrad. Und Autos. Das ist doch ein Auto, oder? Wie schwebt das? Hm, da haben wir ihn auch. Wow. Mal kommen in so einen Stall. Jo, hat eigentlich gewirkt. Dann noch eins und dann haben wir irgendwo noch ein Fahrrad, bitte. Wo haben wir denn ein Fahrrad gefunden? Das war doch in der Stadt irgendwo, aber ich weiss nicht, ich hab lange danach wieder gesucht. Zum dritten Mal, oder so. Oh ja. Oh. Fliege. Fliege. Aber mitessen. Schau. Wie lange wird das? Das ist gut. Aber. Oh. 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 Gottchen. Der Schwein muss weg. Der Schwein muss weg. Hallo Schwein. Tschüss. Tschüss Schweinchen. Du bist ein bisschen dick geworden. Nicht zu schwer. So. Das haben wir aufgeschafft. Und jetzt ein Fahrrad. Bitte. Ein Fahrrad. Irgendwo ein Fahrrad. Kann doch nicht sein, dass die Entwickler es so vergessen haben. Kann doch nicht sein, dass die Entwickler es so vergessen haben. Das ist eine Goldstatue. Vielleicht hier drinnen. Oh. Da war jemand drinnen. Sorry. Das macht mir gut statt. Na gut. Also irgendwo hier im Vorort gibt es doch wieder einen Fahrrad, oder? Ganz komisch. Hm. So ist es jetzt jedenfalls? Oh. 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 Bring mich mal bitte zu einem Fahrrad. Dankeschön. Oh. Ich muss doch hier irgendwo im Park einen Fahrrad haben. Hm. Sonst schaue ich mal kurz nach, kann doch nicht sein, dass nirgendwo ein Fahrrad ist. Sonst sind hier immer wieder Fahrradbäder unterwegs auf den Real-Life-Straßen. Ich schaue mal nach. Bicycle. Guard Simulator. Bicycle. Ja und wo? Der also zwei Bicycle in der Low-Gravity-Testing-Facilie. A Red-On-Outside-Facility. Wo ist die Low-Gravity? Goat-Fill. Das ist aber die erste. Das ist das erste. Ending-Go Simulator. Okay. Drei. recurse. Okay, wir schauen mal kurz ein Video. Was dort? Ach, das ist ja einfach nur das Ding. Das ist die alte Tunnel-Werkstatt. Und wo ist hier ein Bicycle? Du musst nicht herum... Mach doch das Video richtig. Ja, dort. Wow. Dort ist kein Bicycle. Ah, es ist wieder random. Ja, wow, jetzt sind wir wieder da. So blöd. So blöd, jetzt sind wir wieder dort, weißt du. Und ich schaue ständig bei diesen Ständern. Also ich wette, es ist dort auch nicht. Und ich komme mehrmals und dann ist es auch nicht dort. Ja, dort sind nie gewesen. Nie. Ich wusste, dass es im Vorort war. Das ist nicht hier, das ist hier vorne. Wow, jetzt, jetzt sind dort. Okay. Weil wir eben nicht gut fahren können mit etwas dafür. Oder so. Vielleicht sind sie einfach nicht richtig sichtlich gewesen. Oder zu kurz, also zu lange zum Loden gehabt haben. Oder so. Aber endlich mal eine Güte. Also vor allem in der Stadt gab es doch auch noch irgendwo diese Ränder. Also ich muss mit dem Fahrrad, äh, ich muss es zum Fliegen bringen. Okay. Ich dachte man muss es tun. Okay. Ja, das haben wir verloren. Ah, die Farbe müssen wir ändern. Deshalb. Oh. Meine Güte, habe ich mich nicht mehr so erinnert. Das waren die Autos, die fliegen mussten. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Tschüss. Vielleicht kommt es ja jetzt wieder runter. Warte. Aua. Das war jetzt aber böse. Also nochmal. Nehmen wir hier. Pflanze den ins Gesicht. Ah. Den auf. Und den. Sehr gut. Jetzt gehen wir hier hoch. Wir müssen die Farbe ändern. Aber mit was? Tut man die Farbe ändern? Hier beim Pimp My Ride. Jetzt haben wir das Video nicht komplett geschafft. Also wie kann ich die Farbe hier ändern? Hm. Nicht hier genau, ne? Boah, das Fahrrad ist denn aber stark. Ist das hier irgendwie Farbe? Hä? Muss man das drauf tun oder so? Okay. 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 Ich kann ihm hin. Ein bisschen. Und dann. Ey, jetzt ist, jetzt reicht's, Mann. Hey. Wie können die das Spiel nur so schwer machen? Zu verstehen, oder? Ich steh auf dem Schlauch. Wo war Verlauf da? So. Gut. Ja und jetzt? Hä? Der geht gar nicht mehr zurück. Der hat nur am Anfang. Okay, das kann man ja mit diesem einen Teil machen. Ich lasse es jetzt mal offen. Also, wo ist das Zeil? Okay. Ey. Ein kurzer Theater machen. So. Gut. Nein, ich möchte ihn in die Luft färben. Das ganze Spiel ist broken. Ich hätte gerne da diese Dose. Wo ist meine Dose? Ich hätte gerne das Fahrrad wieder. Es ist einfach despawned. Wo ist mein Fahrrad? Auf dem Haus oben, oder? Ich muss es immer weg machen. So umständlich und nervig. Oh, also gut. Hauen wir nochmals ein Fahrrad. Bitte gerne Fahrrad. Ah, nicht die Kuh für. Ich möchte gerne grün. Oder kaputt. Kaputt ist auch eine schöne Farbe. So, ähm. Ich möchte dich färben. Komm schon, bitte. Ey, ich habe gesagt, ich färbe. Wer geht's denn? Ich komme anfärbig. Wieso kommst du es nicht färben? Ist das überhaupt das Richtige? Ja, grün auf grün geht ja nicht. Nein. Das ist nicht das Richtige. Das ist eine Wandbemalung. Aber wo ist denn die? Hm. Ich stehe auf dem Schlauch. So, glaube ich, das Video noch, dass ich das sehe. So umständlich wie nur es geht, eine Erklärung zu machen. Das ist so ein Löt. Weisst du? Was hat das mit Färben zu tun? Wo ist der Löter? Fram, wo ist der? Nehmen wir so ein Auto-Tune. Habe ich das gar nicht? Muss ja hier sein, oder? Autotune hier. Okay. Habe ich es geschafft. Es lädt wieder, aber irgendwie zeigt es nicht an. 3 von 10. Okay. Gut. Ich muss ein paar mehr. Hier im Video auch zu sehen. So. Jalalalala. Aha. Okay. Spiel will nicht. Boah. Haha. Was ist mit dem Rechten? 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 Oh, ich will das. Polizeiauto. Das ist kein Polizeiauto, ne? Tschüss. Und auch ein schlechtes Team. Wie er aber alles so schlecht lädt. So, jetzt noch eins. Aber die Fahrräder kommen erst, wenn du einmal weg bist und wieder zurückkommst. Wie hätte ich das erfahren können? Ohne diese, ja, recht schlecht gemachten Videos hätte man das nie rausgekriegt. Wenn du doch schon etwas zeigst, dann zeig es doch wenigstens richtig. Aua, genau so. Ja, so. Genau. Jetzt. Okay. Manchmal... Oh, oh. Ist das das andere Fahrrad? Okay, eins ist irgendwie mega in die Luft geschlüsselt worden. Nicht mehr sichtbar. Oh, mach's. Gibt's da eine andere Steuerungs-Methode dafür? Okay. Dankeschön. Aber... Hey, ich bin gar nicht im Zeitlupen-Modus gewesen. Nee, das ist aber so. Okay. Dann haben wir doch... Ja, diese höchsten Türme oder so muss man ja nicht suchen. Die höchsten Punkte. Ähm... Habe ich hier die Schanzen schon gemacht? Wo kann man das jetzt wieder nachschauen? Das war doch irgendwie Sammlerstück. Ja, Rampen. Also, Baustelle. Was können wir machen? Baustelle. Gutenburg ist einfach noch eine. Okay. Gut. Die eine Chance, die war... Oh, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich noch nicht war. Da ist eine Chance, oder? Es gab irgendwie so in einem Container noch eine Chance. Vielleicht war es dort, wo ich noch nicht habe. Also, ich möchte gerne eine Erhütte. Dass man fahren kann. Nicht das auf diesem Ding. Strecke im... Genau, hier. Hey, hallo. Hey, Gottchen. Wenn man einmal einfach... Wenn man rechtzeitig drückt, sollte man doch einsteigen. Aber man steigt nicht mehr. Ich glaube, das ist hier. Man hängt einfach fest. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. Hier die Chance, oder? Ah, dort ist auch noch einer. Das ist doch einer. Ja, toll. Ja, immerhin. Und war nicht hier irgendwo noch eine Chance auf der linken Seite? Na, du nochmals. Hier oben, bitte. Gut, eins und zwei. Aber hier war der... Was ist denn los mit diesem Spiel? Da war die... Insel mit Leon. Vielleicht diesen Weg folgen, dort? Nein, nein, das ist keine Chance. Nein, aber es ist die Insel hier. Wieso ist hier ein Auto drin? Wasser, hm? Ja, wieso? Okay. Ja, dankeschön. Lass mich doch einfach durch. Ich muss nur zur Baustelle. Wir gehen oben, du. Deine ist wahrscheinlich da vorne. Ich glaube, es hat mir jetzt das gesehen. Genau hier. So, das war ja easy. Da hätt ich eigentlich ziemlich direkt gefunden. Ziemlich. Weil ich natürlich die kleineren Ranten direkt gesehen habe. Aber die waren es ja nicht. Okay, aber hier muss doch irgendwo noch eine Chance sein. Genau hier. Muss man eine Chance sein, wenn man eine braucht. Vielleicht dort oben dann. Aber ich schaue mal kurz selbst hier rein. Oh. Okay, eine Hirschzeblerkuh. Wanderschuhe hatten wir hier. Tja. Dann ist aber hier auch nichts mehr. Keine Goat-Statue. Ne. Gut. Dann also kurz mal wieder rein. Den Weg hochfahren. Sind wir noch in Gotenburg? Hm. Irgendwo hier nicht. Ah. Können wir das irgendwie zum Explodieren bringen? Das Petroleum oder so. Äh. Also einfach die Sachen wieder weg. Damit sie nicht stören beim... Anderen. Eine Turnierlanse. Haben wir nicht irgendwie Feuer? Dann werden wir Feuer wechseln. Okay, hat jetzt nichts so gezeigt wegen der anderen Explosion. Aber es geht schon gut. So. Hallo. Also hier erstmal nicht. Dann gehen wir hier rüber. Ach komm. Vielleicht hier irgendwo. Nee. Hast du hier nicht irgendwo eine Rampe? Ach komm schon. Nicht so weit. Drüber. Das ist der schlechteste Ort zum Runterwohnen. So. Ob hier irgendwo eine Rampe ist. Hm. Wo wäre die letzte Rampe? Danke. Das wird jetzt schwierig. Tja. Es ist schon ein bisschen lange. Klar. Wollte ich hier auch ein bisschen länger machen. Weil wir nicht mehr so viele... Also. Ja. Wir müssen halt einfach ein paar Sachen schaffen in dem Part. Und es waren noch ganz ziemlich viele lustige Sachen drin. Ja. Gut. Also dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.